Hey ihr Süßen, wir sind's wieder. Wir hoffen, es geht euch gut. Und zwar erstmal nicht erschrecken, wir sind gerade komplett ungeschminkt. Und mein Auge ist rot, nicht erschrecken. Also ja, nur mal so zu informieren. Wir haben nämlich gerade für Savings Kanal die No-Mirror-Challenge gedreht. Genau. Und jetzt für meinen Kanal gibt es die 3-Minuten-Challenge. Eigentlich ist das die 5-Minuten-Challenge, aber wir sagten uns, wir machen einfach mal 3 draus. Danke, Savings. Ich helfe dir. Weil, wie soll man das sagen? Das hört sich jetzt nicht eingebildet an. Aber Savings und ich sind eigentlich schon sozusagen so routiniert in Schminken, dass 5 Minuten für uns ein Klack sind. Weil ich brauche auch morgens wirklich ohne Scheiß 5 Minuten für mein Make-up. Und deshalb machen wir daraus 3 Minuten. Und zwar dachten wir uns, wir machen unser Alltags-Make-up, wie wir jetzt mal jetzt zur Arbeit gehen. Aber ich schwinge mich nicht zur Arbeit. Ja, ja, komm. Ich seh doch mal ich schwinge. Ich schwinge. Ich schwinge. Ey, oh nein. Ey, ich sag nur, ihr ist nett. Wimperntusche. Hä? Ja. Ist das jetzt mein Ernst? Wimperntusche und sogar rutscht. Ja, du bist, du bist natürlich schön. Ich nicht. Und jetzt? Was hängt hier dran? Und auf jeden Fall zuckt mein Auge auch, bitte nicht erschrecken. Ich weiß nicht, deswegen, Soraya, sie stresst mich so. Die ist eigentlich aufgeregt. Genau, ich bin auch aufgeregt. Naja, Leute. Auf jeden Fall haben wir den Timer. Du hast den auf 2,59. Eine Sekunde. Oh, meine Güte. Eine Sekunde. Ich wollte nur gucken, ob das funktioniert. Das funktioniert. Was habe ich gesagt? Funktioniert? Ja. Ich hab das hier nur versprochen. Löschen. So, zufrieden? Drei. Ja. Drei. Drei Minuten. Wir fangen komplett an. Also, okay. Dabei ist ein solcher, damit ich das auch wissen. Lippen. Grundierung. Genau. Lippenstift. Kontur. Kontur? Konturin. Okay, Konturin. Blush. Eyeliner. Mascara. Und Lippenstift. Genau. Dann würden wir sagen, die Challenge kann beginnen. Okay. Oh ja, Baby. Du musst auf den Kopf drücken. Achso. Ja, warte mal. Nee. Drei, zwei, eins. Los! Ach nee. Ich bin vermiert. Vermmiert? Vermmiert. Ich kann kein Deutsch mehr. Mein Auge zuckt. Ich bin zum Kruppelmotiv. Aber jetzt schminkst du dich. Dann wirst du wieder normal. Meinst du, ich kann mein zuckendes Auge auch wegschieben? Schatz? Ja. Wo hast du Concealer? Boah, ey. Du bist so ein Miststück. Ja, du bist. Schatz, was nehme ich denn jetzt erstmal? 2... hier. 2,80. Achso, ich muss jetzt gucken. Wo ist der Spiegel auch? Oder die ganze Sonne? Ich bin schon sehr verwirrt. Und dann kommen wir ab. Scheiße, hast du einen Beautyblender hier? Nein. Egal, dann... Ja. Die Finger machen es auch. Oh, das ist jetzt irgendwie ein bisschen... 92. Schatz, eine Minute. Eine Minute 50. Ach, komm. Doch. Scheiße, ich habe nämlich mal die Hälfte. Du musst dich beeilen. Tut mir leid. Du redest auch zu viel. Ja. Radio. Nein, du bist weiter. Eine Minute 88. Ich trage jetzt auf jeden Fall Lidschatten. Ach so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich halte das mal alles ein bisschen dezenter. Voll dezent. Wieder mit diesen krümmen Lidschatten. Ich habe gar nicht den Lidschatten benutzt. Ja doch, mit Lidschatten. Nee. Natürlich. Scheiße, das ist 1,16. Ah. Scheiße, was brauche ich jetzt? Nein, ah. Scheiße, ich kann mit diesem Eyeliner... Ich kann mit diesem Eyeliner... Sevin, hast du mir jetzt vollgegeben? Ja, habe ich auch. Kacke. Mit diesem Eyeliner kann ich nicht umgehen. Der ist so wabbelig. Aber Sevin fingert uns auch. Nee, wirklich, dieser Eyeliner ist wirklich scheiße. Nur noch 50 Sekunden. Ach komm. Ach komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Warte! Was? Hallo? Was hast du zu mir? Warte. Hallo? Hä? Das ist ja so, als hätte ich Gloss aus dem Lippen. Aber schön. Wieso versch... Hallo? Ja, du hast meinen Spiegel hier extra... Hä? Du hast ihn vor dir... Ja, aber du hast extra so gemacht. Du hast ihn weggeschoben. Ach scheiße, das suche ich. Habe ich doch gar nicht gemacht. Ey! 17 Sekunden. Kennst du das, wenn du einen Krampf hast? Scheiße, Konturieren mussten wir auch machen. Vier Sekunden. Vorbei. Stopp! Wir machen was! So. Fertig. Ich habe nur eine geschminkte Augenbraue. Ey, das sieht aber gut aus, ja? Weißt du an, was mich das erinnert an dein 6. Geburtstag? Weißt du noch? Scheiße, das hier mal ein Karjall. Ich habe vergete, meine Augenbrauen zu machen. Ja, aber die Zuschauer, vielleicht geben die dir einen Karjall. Guck mal, meine Augenbrauen. Heftig. So, auf jeden Fall. Ja, fertig. Also ich finde, mein Make-up ist echt gut geworden, ne? Du siehst gut aus. Guck mal bitte. Dein Concealer. Oh Gott. Oh Gott. Also Leute, ich muss sagen, also ich will jetzt wirklich nicht eingebildet sein. Echt nicht. Aber ich habe mich wieder einmal selbst übertroffen. In 3 Minuten. Ich weiß nicht, mit euch, jetzt kommt ein Kommentar wie, oh Soraya, du solltest immer so wenig Make-up auftragen. Ja, das ist doch schön. Das war irgendwie auch voll eingebildet, ne? Nee. Aber das sagen irgendwie alle immer. Aber schaffst du jetzt ohne Scheiße mal wegen deinem Lippenstift? Was ist das? Das ist voll geil. Ja, was habe ich denn da? Cream Sheen Modesty. Modesty, oh. Ich habe... Nein, das habe ich nicht. Aber das ist so dezent, so schön. Oder ich hatte Toast. Na ja, Leute. Das auf jeden Fall. So weit bist du schon gekommen. Wir sind synchron. Das war die 3 Minuten Challenge. Ja. Und das ist das Ergebnis. Wir müssen nochmal, ne? Ne? Halt. Ja, das ist das Ergebnis. Komm, es ist echt gut geworden. Aber warte. Die Zuschauer müssen eigentlich voten, wer gewonnen hat. Ja, okay. Das war kein Freundschaftsspiel, Leute. Hier heute Freundschaftsaufgaben. Oh, wie kann ich hier? Ich kann doch nackt rumlaufen. Sehr, wir können dich eh nach. Boah, jetzt kommen ganz andere Geschichten raus, Leute. Nein. Nein. Wir nicht lesen. Wenn ihr mehr Challenges mit der Alpen sehen wollt und mir, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und wir würden sagen, das war es auch noch von uns beiden. Genau. Wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ja. Macht alles gut. Ciao. 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 Ciao.